UNTERTITELUNG Ich bin in Nairobi, in einem weichen Haus. Im Taxi. Da soll ich nun ein Plan führen. Und ich habe es wieder in einem Feld, wo man einen geschaffen hat. Ich habe einen geschaffen, und ich bleibe in der Kur. Ich bin in der Kur, und ich wollte nicht wissen, was wir machen. Ich komme in der Kur, und kann man sich in der Kur. Ich bin in der Kur, und dachte, ich bin in der Kur in Afrika. Kommt du der ältere Früh vorbei, mit dem Kind aus dem Rehen, und der Schlamm ist sehr, ich habe noch Geld. Ich habe noch meinen Geldtasch, und ich habe noch ein Dollar-Sagels. Seit neun bin ich ein Dollar-Sagel, und die Kur in der Kur in der Kur. So, ich bin dankbar, und ich kippe mich wieder rum, wo du sagst. Und auf einmal hörte ich einen Lied, und wenn ich mich drehe, kann ich nur 5, 6, 7, 8, 9, frühes. Große Schritte zu mir. Und wenn ich mich nicht will, dann will ich alle ein Dollar-Sagel. Ich nehme meine Geldtasche, und ich habe gesagt, ich kann nur 6, 7, oder 8 Dollar-Sagels, und ich gehe für alle ein Dollar-Sagel. Aber das reicht nicht. Und wenn ich nicht mehr weiß, wo ich soll, dann kann ich auch nicht in die Kur nennen. Du hattest wie ein Fall, frühest du rum. Und der Mann, wo der Taxi fuhr, hörte dir sein, habe ich ihm geschaff, und ich habe die Rüte, Säure Dahl, bräuchte den Mann, der frühest, schickte dich weg, sehr temü, du kriegst eine Kur nennen, und du kriegst du nicht mehr, Rüte. Ich kriegst du nennen, schläut dich jetzt. Und wenn es der Mann war, ich gehe, wir empfehle frühest du rum, der Kur. Und ich krieg für einen, einer sieht, einer sieht, einer von hinten, und ich weiß nicht, was ich soll tun. Ich sah deine Kur und krieg dir auf, und wunderte, was ist der Nächste. Und ich fühlte mich so halb los, ich fühlte mich so, du wirst eine große Note, und ich könne nicht was tun, was du hier schreibst. Warte mir, in der einen Dollar-Sagel sieht, für die große Note, was du wirst. Ich dachte nicht. Und dann dachte ich an, an Markus, Kapitel 6, du fährst 45, und wieder, und fährst 41, du sah wie in der Geschichte, wo Jesus, der sich in den Jüngern sieht, gebt mal diese Menschen alle, und das ist eine große Note, und er fehlt dir, und gebt ihm alle, und die Jünger sieht, und wird es wie harnisch. Und Jesus sagt, hey, ich bin ein Bäschen, kann ich nicht ein Bät tun, und sie gingen Räumen, und sie sahen, sie hatten zwei Fäsch, und fünf Bräut. Und wenn sie das genommen haben, brauchen sie dann noch Jesus, und sie sagen, was ist das? Das ist so wenig, für all die Note, die du hast, über Jesus noch einmal an sie hin, und viele dieser Menschen alle durchfallen. Du musst irgendwann denken, wenn sich diese Dollar alles durchführen. Das wird so wenig. Vor allem, wenn es im Leben nicht einmal so ist, durch so eine große Note in der Welt, und wenn sie gesagt, ich könnte es nicht mehr und nicht mehr stellen, ich will uns von der Mutter sprechen, dir und mich. Wenn ich einen Dollar geben, oder eine Arbeit tun, vielleicht wird früh besitzt ihr ein Haus. Oder was immer das ist, was kleine Bäschen was die kostet, leidt an Gott seine Hände, dort wird leid, für Gott seine Hände. Und wenn wir Dinge an Gott seine Hände leiden, dann vermehrt er dort, dann merkt er dort ein Teil, viel mehr als was wir können. Heute hat die Dinge was wir nicht können. Es ist nicht mal die Motorspräge, wenn du sitzt in der Note und dich haben so viel, die kostet wenig, die kostet vielleicht Säure wenig, irgend eine Menschen was fehlen können, doch bloß dort kleine Bäschen was die kostet. Und wann hat er es einmal schafft er hier. Und er merkt neuer Scheidt, leidt an Gott seine Hände, dort die Gläufe Gott. Und heute wird das mal leben und heute wird das sehen. Macht Gott die sehen. Schmerz.